Freude! Millionen Rentner atmen auf! Bundestag hat final Energiepreispauschale beschlossen! Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Warten hat endlich ein Ende. Millionen Rentner können sich auf das Energiegeld, welches bis zum 15.12.2022 in Höhe von 300 Euro gezahlt werden soll, wirklich freuen. Es ist beschlossene Sache. Der Bundestag hat am 20.10.2022 ab 12.35 Uhr in einer zweiten und dritten Lesung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Zahlung einer Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung des Übergangsbereiches beraten und endgültig beschlossen. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat in einer Beschlussempfehlung sich für die Annahme des Gesetzesentwurfs entschieden. Damit ist klar, die 300 Euro Energiepreispauschale werden definitiv bis zum 15.12.2022 an Millionen Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt, die am 1. Dezember 2022 Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben. Die 300 Euro werden viele Rentnerinnen und Rentner wirklich bitter nötig haben. Sie werden dringend gebraucht. Eine kleine Entlastung wegen der hohen Energiepreise, mehr aber auch nicht. Trotzdem ein Dank an die Bundesregierung und den Bundestag. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine rente.